Hallo zusammen, Aizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die Strolche anzunehmen bei Schriftwollen Gelehrte Evoca in Lassar Allor an dieser Position. Ich zeige euch gleich auch von weiter weg die Position, also hier im überdachten Bereich. Nun darf ich Strassenstrolche aufhalten. Die sind hier ein bisschen verteilt in einem ziemlich großen Questgebiet. Da vorne sieht man ein Strolch laufen. Einfach hinlaufen und mit der rechten Maustaste klicken. Eins von fünf. Hier steht auch noch einer, der ist gerade verschwunden. Sehr schön. Ah, da ist einer. Immer schnell klicken, auch wenn sie laufen. Sobald ihr anfängt zu, sobald ihr anfangt zu kanalisieren, habt ihr ihn so gut wie aufgehalten. Hier oben müssten auch welche sein. Betonung liegt auf müsste. Ah, da ist einer. Na. Super, zwei von fünf. Da ist einer. Der zählt nicht für die Quest. Ich bin doch im Questgebiet. Ah, vielleicht wurde er von jemand anderem gefangen. Das ist komisch. Egal. Hier steht einer. Ah, nein. Nicht verschwinden. Ah, der kommt gleich wieder angelaufen. Ja, auch okay. Und hier ist einer, wenn er nicht verschwindet. Ja. Aber es sollte wieder angelaufen kommen. Genau. Vielleicht ist es auch ein Bug aus der Beta. Beziehungsweise in der Beta, weil ich mich ja in der Beta befinde und da die Videos mache. Hier springe ich einfach nach unten. So, Quest ist abzugeben bei Schriftwollen gelehrter Evoca in Dessar Alor. An dieser Position. Bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat euch geholfen. Tschau.